Hey Leute, Dubstep hat sich momentan als eine der erfolgreichsten Arten der elektronischen Musik voll etabliert. Genau darum soll es heute gehen. Herzlich Willkommen also hier auf meinem zweiten Kanal zu einer weiteren Folge, Love You. Heute mit dem Thema, wer hätte das gedacht? Dubstep! Die mehr als geniale Band, die ich euch heute zu diesem Thema vorstellen möchte, nennt sich You and What Army. Und kommt von der wunderschönen Insel. England. Die vier Jungs, Zach, Kieran, Jamie und Dave, die zusammen You and What Army bilden, sind im Grunde genommen viel mehr als einfach nur Dubstep oder elektronische Musik. Sie zu beschreiben ist fast unmöglich, nennen wir es eine Mischung aus. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Limp Bizkit, Enter Shikari, vielleicht Linkin Park, das alles auf einer extremen Elektroschiene. Es ist großartig, was labere ich hier lange rum, hört einfach mal rein. Die vier Jungs! Genau, Dave von You & What Army ist auch verantwortlich für meinen Intro-Soundtrack und meine Outro-Sounds. Seinen YouTube-Kanal findet ihr hier. Sämtliche Infos, die Band betreffen, natürlich in der Videobeschreibung. Zur Info, na klar, ihr kriegt die Tracks auch über Amazon oder iTunes. Aber das Album The End of the Beginning von You & What Army könnt ihr euch auch als UK-Import liefern lassen. Ich persönlich meister bei Sachen, die ich mag, immer lieber, wenn ich was in der Hand hab. Also Leute, wenn ihr auf das meiner Meinung nach ultimativen Paket aus Dubstep, Rock, Metal, Rap, Elektro steht, You & What Army mein absoluter Highlight-Tipp für euch. Dieser extreme Mix hat mir persönlich total angetan, deswegen kriegt das Album The End of the Beginning von You & What Army Einen von einem möglichen Ich liebe dieses Album! Punkt. Hä? Wo ihr sämtliche Infos findet, die ihr braucht, habe ich schon gesagt. Videobeschreibung. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, freue mich drauf und lasse euch jetzt endlich in Ruhe mit einer weiteren Hörprobe aus dem Album The End of the Beginning Von You & What Army Reingehauen. Tschüss! 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 You can't do this and you can't do that, just for the sake of the floor, it's your destroying the force is back in the crowd. And people that push, remember the name, and remember the day And cross the line Cross the line Cross the line and get ahead of your time Cross the line Cross the line and get ahead of your time Doing it for everyone that never held you back Take up and look for everything everyone says Take up and look for everything everyone says Take up and look for everything everyone says Take up and look for everything else